Hau! Das war knapp! Das war knapp! Hau! 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 Du lachend in die Kreissäge gelaufen! Hau! Hau! AAH! Scheiße! Das wär das Ziel! Alter! Huuu! Oh Gott! Du Sackratte! Hau! Von Nause! Ich hab's nie richtig durch den Schuss! Hat er's rüber geschafft? Alter, ich schaff' dich! Ich trink' gerade, warte. Jetzt hab' ich den Ehrgeiz, jetzt will ich das schaffen. Okay, dann mach' ich das. Ja. Sagt gut aus. Fick' dich. Verschluck' dich beim Trinken, du Sack! Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. But if you know the tricks, it isn't that hard. Ja, nö, überhaupt nicht. Inner Geburtstag ist das. Jo, moin, gefühlt oder heuleben Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zur gepflegten Blutunterhaltung hier bei Benno und Ed, Mitarbeiter Walvo der Banause und der Joker. Hallo. Hallöchen. Hallo. Gepflegte Blutunterhaltung. Weiter geht's mit den Workshop-Maps. Workshop-Webs. Fly high extreme VNs. Kind of hard level, but if you know the tricks, it isn't that hard. Yay. Na dann. Wir kennen natürlich alle Tricks, wir sind Profis. Ja, natürlich. Hallo. Pros. The best. Oh, und endlich leben 30 Minuten. Das ist wieder eine Folge, Leute. Ah, gucken wir doch mal hier. Ah, so. Ich will noch nicht. Oh, oh, mein Gott. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Ach du Scheiße. Hä? Nein. What? Ich schaff das nicht mehr über diese Plattform hier rüber, oder wie. Du musst dich ganz nah ran stellen, weil da kriegst du mehr wie'n Zug. Aha. Das hab' ich immerhin schon mal gecheckt. Das war knapp. Du lachend in die Kreissäge gelaufen. Lachend in die Kreissäge. Nein! Geht auch weinend? Ja, ihr weinend. Verliert man nur ein Bein. So geht das, verliert man kein Bein. Alter! Nein! Verlieren sie auch heute, kein Bein. Oh, da haut der mich in die Kreissäge. Ich glaub's jetzt nicht. Rüber darf man raus. Ich will da nicht durch, ich will da nicht durch, ich will da nicht durch. Ah, jetzt bin ich zu unfähig um da rüber zu kommen. Oh, ne. Ich verarschen. Was hat man denn Anno verfugen? Ernsthaft? Okay. Au! Au, ich hab'n Fuß verloren. Au! Au! Anno! Ja. Ach, da ist ne Falltür. Das ist doch geil. Alter! Nein! Die Falltür ist voll fies da nochmal. Ach, guck mal, wer ist denn wieder hier hin? Nee. Hm. Erster Gang. Puh. Ach, come on. Also die 30 Minuten werde ich brauchen, um auf die erste Plattform zu kommen, glaub' ich jetzt. Nein! Alter! Ich hab' das doch eben auch geschafft! Geh' doch! Hä? Wie schaffst du das, Banause? Wo? Okay. Mein Körper setzt den Kopf nicht mehr auf! Erster Gang! Hey! Die Körperhälfte läuft schon davor. Ah! Wie soll man das schaffen, Banause? Dann wird's noch lustiger. Was ist das denn? Hä? Ihr seid nicht hier rübergekommen, weil bei mir hat der vorhin nämlich hier keinen Sprung gemacht. Ola. Doch! Einfach, ich glaube es darf nur einer oben sein. Nein! Also, hast du irgendwie eine Idee, Banause? Hä? Unterisch vielleicht? Man kann davor stehen bleiben auf jeden Fall. Hä? Das ist halt immer oben gegen die Decke. Wie sollt ihr denn hier weggehen? Wie sollt ihr denn hier weggehen? What the fuck? Oh, mein Hirn, mein Kopf lebt. Ja, das geht doch nie im Leben. Wie willst du das denn machen? Du kannst doch nicht so um die Ecke springen. Ah! Ach du meine Güte! Aha! Erster Gang! Hm? Geh drauf! Und dann oben drüber. Oh mein Gott! Wenn man's schafft. Au! Was zur Hölle ist los mit denen? Du sollst danach bitte schön weitergehen? Ach, leck mich da oben! Ja, einfach immer weiter springen da oben! Na Arno, einfach immer weiter springen! Das ist doch nicht so schön! Alter, da wärst du noch weiter! Wer kommt denn da als Hälfte vorbei? Jockel! Was schön ist, als Kopf hilft dir das da oben gar nichts mehr, ne? Ne! Aua! Das ist auch schwieriger als Kopf, glaub ich. Da die Ballons sollten. Die Ballons! Boah! Alter, renn mich doch ins Messer rein, weil... Okay! Geht doch! Aber... Ach, grad nicht! Verbrennen hab ich's auch geschafft hier durch! Ah! Ach! Ist das fisch! Ist nice! Ist ein nice Jockel, oder? Macht Spaß! Also, ich bin drüben! Wirst du mich verarschen! Das wird danach nicht lustiger! Nee, du blöde Ratte! Wirst du mich verarschen? Du blöde alter Sack! Oh man! Aber man muss jetzt auf die Stange, oder wie? Genau, auf die Stange und oben auf die... Du blöde Fickratte! Du blöde Asche! Wie er gegen mich springt und dann einfach selbst runterfällt! Boah, ich hasse dich, Anno! Dann musst du auf die Stange drauf und dann musst du auf diese Dominosteine, oder was immer das sind. Aber wie gesagt, danach wird's auch... Ach, da ist das Goal! Danach wird's auch, oh, das ist Goal! Nein! Anno, du Ratte! Durchrennen! Okay, hat nicht funktioniert! Hat nicht funktioniert! Ja, ich hab's verstanden! Ach, scheiße! Deine letzte Axt, ey! Soll, ich kann nicht mehr springen! Ha! Kann ich auch nicht! Ich krieg ja auch langsam nen Grafik-Bug, irgendwie ist so ne Kummschiff! Du Ratte! Du hast angefangen! Kann ich mal eine Seite nicht einfangen? Hm... Nicht runterfallen! Toll, du musst die Opfern, oder wat? Krepier, du Rausch! Ach! Hallo Jocke! Hallo! Hiiii! Mann! Hör doch jetzt auf, Mann! Mich aufzuschlitzen, hier! Ach, mein Gott! Schlitzmania! Schlitzmania! Aua! Aua! Ja, das war auch sehr, sehr geil! Hey! Was ist denn hier? Hey! 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 Ey! 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 So, will ich das sehen. Oh Gott. Hey, hey, hey. Nein. Oh Mann. Oh. Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. Oh, da geht der mich erst mal gut. Nein. Habe ich dich erwischt? Sorry. Als Gehirnschaft war es wohl nicht. Nein, als Kopf ist das unmöglich, weil du rollst die ganze Zeit rum. Ah, okay. Nein, wird der Turm drauf. So, nächstes Mal. Klappt auch noch? Nein. Nein. Rage Mode auf hier, ey. Mann. Ja, stirb. Nein. Du F*** Axt. Ja. Ich bin ein Gehirn. Die letzte Axt, ey. Ach, YOLO. Flatsch. Das Ende ist auch total kacke. Also da ist das hier noch einfacher. Ernsthaft? Ich komme nicht weg. Ja. Ja. Ich komme nicht weg. Ja. Ich komme nicht weggegangen. Alle nur noch am Respawn. Ja, spawne doch, du Arsch. Verdammt. Ja, spawne doch, du Arsch. Also da gibt es wohl keine Checkpoint, oder? Banose, dahinter. Dann ist doch tot. Aua. Wieso kann ich da nicht drauf springen? Die sind ganz viele Äxte. Alter, Joker, hast du es geschafft? Was? Dadurch? Ach, Mann. Natürlich haben die noch Vorsägeblätter gemacht, damit der da ja nicht bescheißen kann. Sehr schön. Ach, guck mal. Alter, meine Enter-Taste wird heute so leiden. Joker sieht das jetzt auf. Was? Ja, das Ziel. Ah! Scheiße. Da wäre das Ziel. Alter, hör auf. Da kommst du selbst als Kopf nicht durch. Hä? Wieso denn? Ja. Ja. Als Kopf. Hab mich dann selber runter manövriert. Verdammt. Ich krieg's nicht hin, da rauf zu springen. Ich hab's einmal gepackt, ja. Aber dann danach... Wieso ist der Banause jetzt wieder hier hinten? Ja, weil ich gestorben bin. Guck mal, guck mal in die Richtung, Anno. Siehst du das da hinten? Ja. Aber gibt's da keine Punkte? Ja! Boah, Jockel. Also man kann's als Kopf... Man kann es mitten als Kopf schaffen, wenn man es wirklich so abteilt, dass man nur immer aufspringt da in die Mitte und dann sofort weiter. Ernsthaft, oder was? Aber einer hat's geschafft, das ist schon mal gut. Stark, Jockel. Also ich hab's da durch den Tunnel leider noch nicht geschafft. Also wie gesagt, ich hab meinen Kopf denn von hier aus denn... rüber geschmissen. Bevor denn dieser Kreissegen da kommt. Aber du warst... Du musst erst mal drüber springen überall da, oder? Ja. Und jetzt wo hier... Ey. Von hier aus denn im Kopf ist er so schräg rüber geschmissen. Von hier aus jetzt, oder was? Hier? Ach so. Und wenn ich jetzt umdrehe, Anno, da siehst du ja da, zwischen den Kreisdingern die... Ja. Okay. Und weiter? Und jetzt müsst ihr das natürlich so abteilen, dass er eh mal in der Mitte aufkommt mit Speed und dann sofort weiterspringt. Mach du, Anno. Hahaha. Drei Maler. Alter, beeil dich endlich mal. Ich sehe nur Kreissägen im Hintergrund gerade. Ja. Yes! What the fuck? Ja! Okay. Okay, nice. Nice. Danke, Jockel. Danke, Joker. Okay. Okay. Go, go, Banause. Ja, schaut gut aus. Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob das der offizielle Weg eigentlich wäre, aber... Ja, so geht's auch. Ja, so geht's auch. Hahaha. Und mit dem Körper benutzt? Ja, okay. Deswegen. If you know the trick. Ja. Ah. 46, 43, 43, 49. Hahaha. Ist das die Bewertung? Hahaha. So, was haben wir als nächstes? Death Parcours. Klingt alles so endladend. Boah, das hört sich auch wieder geil an. Mhm. You need to get gut before you can beat this masterpiece. Juhu. Ja, dieses Grinsen ist ein Stück Fleisch einem immer noch an. Unendlich Leben. Unendlich Zeit. Ui. Ich geh nicht vor. Ich lasse euch gerne in den Vortritt. Eigentlich ist es egal. Man steht ja eh wieder auf. Hä? Das sind ja nur solche... ...Laser-Dinge. Wo springt man jetzt da rein? Ist das ein Glasboden? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht bin ich grad... Ja, ist es. Ne, ist es nicht leider. Ich backe rum. Backe, backe, jockel. Moment. Wie kommt man da hin? Ach, bitte. Wui. Ne, ganz ehrlich. Ich hab keinen Punkt mehr. Ich hab so keinen Punkt mehr, wenn ich das... Boah, Anu, wie bist denn du da hingekommen? Alter, ich will... Ich will... In dem Kopf. Wann endet das Let's Play? Gar nicht. Nein. Alter, jeder Sprung da hinten ist sofort tödlich. Ach du Scheiße. Ja! Ey, sowas mach ich bei Minecraft. Ey, ich werd schon jetzt schon nicht. Willst du mich verarschen? Ähm, jockel, dann. Wenn du da oben bist, kannst du da entlang gehen. Auf der Seite. Ja. Ich hab ja momentan nur den Sprung an vorgenommen. Alter, der kann ja mal aufhören und hier rumzuckeln. Oh, fuck it. Hä? Ja, mein Ding auch so. Ne. Alter, ich werd's glaube ich bis zum ersten Checkpoint schaffen. Ach du Scheiße. Jetzt seh ich's auch. Schön. Ja. Macht Spaß, oder? Was? Hm. Hä? Da bad ich doch lieber noch. Da bad ich doch lieber noch in Säure. Hau auf. Und hat's dir nicht gefallen, dann bohr der doch ein Loch ins Knie. Oh Gott. Ey, du Sackratte. Von Nause. Ich hab's nicht gefallen. Ich hab's drin, geh direkt auf Schuss springen. Ach, ist das... Joggo, ich darf auf die Seite springen. Ja, trotzdem krieg's nicht hin. Kann es sein, dass das hier schon gar kein Blut mehr ist, sondern nur irgendein Ekelschleim? Einfach auf der Seite springen, da geht das. Der Fabi ist schon. Darüber springen, ja? Ich bin. Ja. Bissl Anlauf. Ach, komm ey. Ja toll. Du Arschratte! Von Nause ey! Ja, ich kann nix dafür. Ich kann nix dafür, ich springe voll, wenn einer da steht. Alter! Ja klar, das wird's nicht lauer. Aber grad für so ne Maps würde ich vielleicht auch hoffen, dass sie so nen Modus einbauen, dass man gleich noch untereinander auch unsichtbar einbauen könnte. Mhm. Weil der noch eindeutig öfter mal auf den Sack geht. Vielleicht geht das bei dem überhaupt schon? Nee! Vielleicht müssen die Entwickler dann mal daran, dass die das mal so was einbauen. Warte mal Platz da! Ey! Boah! Komm, spring weiter! Okay. Also auf die erste Leiter hab ich's mal geschafft, aber nie weiter. Ja, dann schaff ich auch, aber die zweite schaff ich nicht. Man kriegt nämlich keinen richtigen Anlauf. Nein, ich soll nicht! Oh, fast! Fast, Banause! Fast, Banause! Ja, ich bin drüber gelaufen. Mhm. Äh, ich... Sah lustig aus! Welche Seite gewesen? Aber das Problem ist, da kommen ja noch zwei. Oh, pfff! Hä?! Oh, komm, brächt der denn den Hals, du blöder Zombie, eh? Ey, kann das sein, dass... Achso, da haben wir auch nicht Zeit. Nein. Da! Okay. Einer nach dem anderen. Oh! Nein! Dieser Anfang ist so hohl. Es wird doch besser, Jockel. Ja. Ja. Ja, wenn ich es wenigstens mal sehen würde. Aber ich kann ja am Anfang nicht mehr schicken. Danach kommen nur noch Millimeter große Sprungteile. Die sind für mich hier schon Millimeter groß. Aua! Ich krieg... Ich war einmal oben auf diese... Warum springt der nicht, der Penner? Fliegt der mal da nie. Tsss! 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 So. Ey, guck mal, ich hab dir jetzt von hier hinten an. Tsss! 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 Den ersten schaffst du mit dem normalen Sprung, den zweiten schaffst du nur mit Shit. Ja genau. Der springt da rüber. Den ersten schafft man so. Man merkt, du spielst zu viel Formel 1 bis übers Ziel hinaus. Aber der zweite. Erster Gang. Ja? Genau Jokel. Hallo. So viel Spaß. Mach's da mal. Okay. Okay. Er kam und ging. Er kam, sah und ging. Okay. Jau. Danke. Ja ich hab... Ja ich hab... Er ist wie ein Filz in der Brandung ey. Ich hab gewartet, dass Walvo springt. Auf den zweiten komm ich einfach nicht. Boah. Jetzt für den Sprung, die dumme Sau. Go Anno, go Anno. Aber geh schneller. Ja auf den zweiten und dann... BL dich Anno. Danke. Ey, ich frag mich. Wie geht's? Alter. Also ich frag mich gar nicht. Manche Leute. Danach musst du auf so ne Schräge springen. Da ist noch ein Manneken in der Luft. Ach, krass. Brrrr. Seid ich das richtig? Ey! Irgendjemand ist aufgestanden und hat mich mit seinem Kopf hochgeboxt. Du bist doch ein Stück Scheiße ey von Holzdingen, was auch immer. Bambus. Boah. Immer dieser Nudelauflauf am Start. Boah. 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 Ich wollte einfach mit dem Schwung versuchen. Boah. Also man kann bei den Dingern auch ein Stückchen drüberhüpfen. Also drübergehen, ja. In die Luft ging das owlbehnchen. Ach. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Können wir nicht eine Runde TTT spielen? Wow. Da Kenia hat sich das auch geholt und wollte mitspielen mit uns. Aber ich glaub bei den Maps dann auch nicht. Was bei dem Spiel auch manchmal ein Problem ist, wenn du Shift drückst, der rennt länger als wenn du drückst. Oh, wer spawnt denn da? Er zieht nach oder wie auch immer man das nennen möchte. Es ist einfach zu wenig Platz am Start. Wie ich eigentlich schon gar keine Lust mehr hab, sobald ich den Würfel erreiche. Anno, magst du? Go Anno, go Anno. Alter, ich schaff's! Jetzt hab ich Ehrgeiz, jetzt will ich das Truffle. Okay, dann mach ich das. Sag gut aus. Sah gut aus. Fick dich. Verschluck dich beim Trinken, du Sack. Wollte ich's auch mit Schwung probieren. Schwung. Mit Schwung Sprung. Ey, ich bin zu blöd schon mal im Ernst. Alter, wie hast du's auf die zweiten geschafft überhaupt? Fick dich! Jetzt bin ich zu früh gesprungen. Ja, geht. Also wenn man... Ach, ist es doch echt. Das ist eigentlich wie bei jedem anderen Jumpman auch. Wenn du weißt, wie das geht, ist das relativ easy. Mittlerweile geht der Anfang auch echt gut. Ja. Was ist das? Wenn du einmal weißt, wie das geht, ist das eigentlich einfach? Das ist für mich der Hure Hauer, ja. Naja. Ach. Ach. Das Problem ist, ich hab keinen Bock von oben zurückzunehmen, weil von oben sind natürlich leichte... Ach. Nicht ach, sondern lech. Lech. Stimmt. Anno, gib Gas. Ja. Der gute alte Saladin. Ja. Lech. 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 Nein. Jetzt schaff ich nicht mal den ersten Sprung. Okay, ich nehm's zurück, dass der Anfang leicht ist. Ja, weil zu viele Wusel ist, wenn da vier Leute und... Jetzt bin ich selber vom dritten runtergelaufen immer. Ja, ich bin mal wieder hier. Glaubt, wenn ich das richtigste, wenn du den dritten hast, ist das eigentlich einfach. Danach. Wenn du den dritten hast. Ja, danach kommt so ein Holz-Dingen. Also ganz ehrlich, lieber Entwickler von dieser Karte. Ich baue diese komplette Karte in echt nach. Mit Salzsäure. Ne, in echt. Und du hast nur Eisleben. Nämlich dein echtes. Und dann meistere dieses Ding hier. So. Das ist mal ne Ansage, Anno. Ich hab den fucking Spring gedrückt. Wo bist du denn? Nice. Auf dem Gehirn. Ja. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oh nice, Banause. Wahrscheinlich können die die ganze Zeit falsch rum hinter uns gehst weiter. Wie geht dat denn? Anno, was machst du denn ey? Entweder du stehst ewig da oder... Von dem schrägen Ding. Moin. Da rutscht er ab von. Wie? Von diesem schrägen Teil da, was da hingelegt hängt. Da rutscht er ab. Offensichtlich muss man auf dieses Rohr, was dahinter ist. Ey. Davon rutscht er ab. Ernsthaft? Da rutscht er runter. Bin ich gerade. Off. Hast du dir immer angeguckt, wie's danach weitergeht? Gitterstäbe? Glaube. Glaube. Da muss er den Kopf schmeißen. Der Anfang ist der letzte Hustier. Warum kann er eigentlich nicht ein Stück durch die Säure schwimmen? Ja. Das wär echt geil, ne? Ja, einfach nur da schwimmen zu beschenken. Guck doch, schmeiß fertig. Nein, Jocke. Ach, danach kommt ja noch so ne Scheiße. Ja, ich hab doch gesagt. Guck dir mal an, was danach kommt. Danach kommt die Gitter. Sollen wir nicht die Map langsam abbrechen, weil wir sind glaube ich 25 Minuten. Wir sind bei 25 Minuten Folgenlänge, ja. Also, ich würd sagen, jeder hat noch einen Versuch. Danke, Valvo. Ey, was springst du jetzt, du Idiot? Voll. Ach du Scheiße. Nein, er springt auch nicht. Anno, hast du die Map mal komplett angeguckt. Guck mal nach oben. Ja. Also, ich bin bis zu diesem Rohr gekommen. Warte mal, was ist das? Guck mal da oben. Schwert, Messer und Sprünge. Alles klar. Mit diesen Aussichten reicht's mir. Ne, ich würd auch sagen. Also, mein Gesichtsausdruck ähnelt. Guck mal nach oben links. Diesem Mond. Aua. So sieht mein Gesicht grad aus. Ja. Jetzt auch. Also, ich würd sagen, wir rechnen die Map jetzt ab. Ja. Das Joggel-Gehirn. Wir haben nicht unser Bestes gegeben, Freunde. Ja. Also, wer sie spielen möchte, soll sie selber mal spielen. Also, sie ist extrem schwer. Macht Laune. Macht echt Spaß. Vor allem mit ersten Hindernissen. Wie der Film. Diese Map ist nicht für depressive und Selbstmordgefährdete. Na, für Selbstmordgefährdete schon. Aber, ich glaub, das dauert ne Stunde oder mehr. Man kann sich nämlich auch viele kreative Art und Weise töten. Also, naja, gut, anderthalbste Rätsel. Na komm, ich war fast da. Am Checkpoint. Ja, ist halt so ein reines Typen. Springen in die Säure. Springen in die Säure. Genau, das ist eigentlich eins. Kenn ich damals von von Schweiz. Ja, oder wie bei Minecraft. Äh, Parkour-Maps ist das auch. Das ist eigentlich nur ne Übungssache. Irgendwann kann es sich schon, ne. Ich hab da ne Idee. Ich hab da ne Idee. Yes! Ach komm mal. Man kommt über die Lasern zum Anfang. Man muss gar nicht über die. Interessant. Interessant. Ja, guck mal eben, Balbo. Du bist ja da hinten, ne? Ja. Mit Anlauf schafft man's von hier hinten aus. Geh mir jetzt nicht in den Weg. Du Sackloch. Okay, mach mal. Zip. Ah, okay. Ich spart sie quasi den ersten Scheissprung, ne. Okay. Nee! Und ich lauf wieder runter vom Würfel. Ey! Kann immer jemand weggehen hiervon, bitte. Aua! Was hab ich ja getan? Was? So, ich hab keinen Bock mehr. Danke fürs Zuschauen, noch Medano dran, wer. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Jo, Freunde, aber ich würd' sagen, wenn's euch irgendwie gefallen hat, dann lasst nen Daumen nach oben da. Lasst nen Tee-Abo da. Vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren und liken. Links zum Banausen, zum Joker und zum Balbo-Rig findet ihr die unten in der Videobeschreibung und sehen wir uns alle irgendwie halbwegs zusammen. Geflickt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und nicht vergessen Blut trinken. Tschüss. 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 What the fuck? Oh my god. Es ist kranker shit.